Wie ist die Kombi? 4813. 4813, okay. Janus? Ja. Wo bist du? Ich gehe jetzt vorne rein, da wo man den mit dem Aufzug fahren kann. Achso. Ich dachte du bist noch im Boot gewesen. Auf nö. Dann ich bin gerade beim Barber. Oh, da ist schon wieder so ein Roboter. Auf die habe ich gar keine Bock. So, ich bin jetzt beim Tower. Sehr gut. Wie viele Coins haben wir eigentlich? 11. Ja, nice. Ich weiß nicht, wie viel wir noch brauchen. Habt ihr noch auf den Schirm, was wir alles schon gekauft hatten? Wir brauchen noch vier. 14 brauchen wir. Warte, warte, gleich sind wir da. Moment. Moment. Ach, ich muss einfach immer noch weiter drücken. Oh, oh, nein, wir sind alle sterben. Wir sterben alle. Wow, wow. Oh shit, Junge, what the fuck? Es geht ja wirklich in der Luft. Krass. Emergency Bridge Launch. Oh mein Gott, die haben... Was? Das Schiff ist kaputt. Nee. Hä, was ist das denn für eine Funktion? Warum sollte man das Ding abschießen, die Brücke? Stell dir mal vor, auf der letzten Insel verreckt einfach der Floß und wir müssen von Null anfangen. Das ist das Game. Oh, Heiung. Also, das war es jetzt. Also, da wird wahrscheinlich dann unser letzter... Okay, das ist ziemlich weit weg. Also, wir müssen... Also, wir müssen uns jetzt ja immer kennen. Wir müssen mit dem Boot hin. Ja? Wir können auch so hinschwimmen. Wow! Ja, wobei, wir können auch den Hai einfach töten, aber... Ja, oder der Hai bleibt doch beim Floß. Wenn das so weit weg ist, oder? Okay, ich tue es, ich tue es. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Hä, zu dem... zu der Bridge? Ja, ja, aber da, wo der Eingang war, geradeaus, ne? Da, wo der Ausgang ist, geradeaus, können wir einfach gehen. Mmmmm... Ja, ein bisschen nach rechts, glaube ich. Okay. Also, hier lang, Janus. Ich kann mal gucken, ob ich euch sehe. Ich habe leider kein Fernglas am Stiesel. Also, ich bin unten an einer Bridge, äh, an dieser ausfahrbaren Brücke. An einer der ausfahrbaren Brücken. Wenn ihr mich nicht da drauf hüpfen seht, dann seid ihr an der falschen Stelle. Ja, doch, da sehe ich jemanden oben. Ich. Janus? Ja? Ja, 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 ihr seid beide da. Ach, da ist die Bridge. London Bridge is falling down. So. Ah, da! Ja, ist ja voll das Riesending. Küsch. Bioshock. Ja, das sieht echt Bioshock, finde ich, aus. Wie diese Rettungskapsel, ne, von Bioshock 2, so sieht das aus. Hm. Da hängt man doch auch an dieser Leiter, während das Ding hochgeht. Geiles Game übrigens, Bioshock 2. Mega. Also, viele haben gesagt, so, ne, das ist überhaupt nicht so wie der erste Teil und so, aber ich finde es ehrlich gesagt, richtig nice. Ja, nice, zwei Titanerz. Beste. Also, eigentlich hatte ich glaub, dass hier noch die dicke Mark mit den Tangora Münzen kommt, aber ne. Oh, hier ist auch noch ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh, ne blueprint. Hier, Digga. Wasertank. Endlich. Ja geil, Lomatico. Find all, hier ist noch ein save. Und noch ein save. Also, wir haben alle Hinweise einen Tangora gefunden. Krass, Leute. Aber ein blueprint fehlt uns noch, ne? Echt? Ja, sonst hätten wir noch einen Erfolg gekriegt, oder nicht? Was wir alles erforscht haben. Aber du musst ja erstmal erforschen, oder nicht? Stimmt. Ne, den Erfolg für alles erforscht, haben wir ja so gesehen schon. Ich glaub, da ziehen die Blueprints an. Du gehst nicht rein. Ah, meinste? Ja, dann, dann haben wir jetzt hier alles, lol. Bistui. Founder Max Lanshoff. Captain James Tully. Hä, warum ist hier eine Steuerkontrolle mit Lenkrad? Warte mal, hier geht's noch in die Mitte? Achso. Ja, aber die Tür lässt sich nicht öffnen, das ist wahrscheinlich der ehemalige Fahrstuhl-Zugang gewesen. Aber das war's, wa? Kann ja auch nichts öffnen. Oh, so. Ne, ich konnte auch nix öffnen. Dass ich soll. Na gut, dann weg, wa? Wieso ist hinter dem Ding eigentlich nochmal so ein Kletterteil? Wie meinste? Da ist nur von außen drauf gekommen, meinst du jetzt? Ne. Ach ne, achso. Da hinten, nein, da hinten war glaub ich gar nichts. Kommt man hier oben drauf? Ich glaub ich war nur einmal rum. Blutsch. Blutschen? Mit Räuberleiter kommen wir hier rauf, oder? Ja, safe. Juch. Ja, aber hier ist nix. Ihr kleinen Räuberz. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Mit Räuberleiter kommt man hier raus. Ja gut, das war's, wa? Das war's mit Tankorder. Jetzt könnten wir halt noch, müssten halt noch ein paar Münzen finden. Stimmt. Um genau zu sein, drei Stück. Nein. Dann könnten wir alle Cosmetics holen. Oh. Und Roboter-Kilm ist da vorne, oder? Also, fällt euch zufällig noch irgendwie... Ich hab voll den Überblick verloren. Raymond, hast du da noch einen Überblick, was uns noch für ein Haus fehlt oder so? Wo wir noch München finden könnten? Ähm, ich würde sagen, wir haben alle Häuser. Alle Häuser, wo wir rein können. Das heißt, das muss in irgendwelchen Häusern, wo wir schon drin waren, müssen wir die übersehen haben. Es sind wahrscheinlich auch wirklich nur noch drei Stücke oder so. Hm. Einfach irgendwo reinrennen und gucken. Hm. Ah ne, wir müssen einen weiter, ne? Hey, willst du das hochfahren? Achso, wollen wir jetzt nochmal die ganzen Gebäude absuchen, oder was? Äh, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube ja nicht, dass wir da fündig werden, oder? Ähm, denke ich auch nicht. Müsste man vielleicht mal, äh... Offstream mit dem Guide oder so machen, dass man hier das alles nochmal abläuft. Ja, oder wir, ähm... Fahren einfach nochmal hierher und hoffen, dass alles respawnt. Ne, aber ich... Alter. Meinst du? Brainfuck. Weiß ich nicht. Was denn, Brainfuck? Dass das passieren würde. Du meinst, dass wir... Dass das alles respawnt? Ja, aber das glaube ich auch nicht. Also die Viecher halt schon, aber die Marken? Hm. Keine Ahnung. Aber ist ja auch nicht weiter wild. Wir können ja einfach mal gucken, was wir davon dann nicht holen. Wir haben ja die... Das Klavier und das Radio haben wir schon. Und zum Beispiel diese Gemälde brauchen wir ja nicht alle, oder? Oh doch. Ich finde die Pflanzen wichtiger, oder nicht? Also mein Lieber auch, was du sagst. So ein Drohn. Pass mal auf meinen Freund. Kann ich auch grad sagen. Es ist schon... Es ist schon... ... verrückt, dass du das so sagst. Okay, ich mach mich unbeliebt. Ich merk's. Kann der nicht angehen. Ähm, kann es sein, dass die Münzen vielleicht auch einfach außerhalb liegen? So irgendwie versteckt auf... ... auf irgendeiner Kiste, oder irgendwie sowas? Mhm. Weil ich seh hier nämlich sehr viele da, wo du grade bist. Nämlich zum Beispiel... Ne? Solche... Solche Ecken irgendwie. Hm? Ey, warte mal. Kann man hier hoch eigentlich mit Rollbarleiter? Wo denn? Achso. Moment. Hm? Ne. Viel zu hoch. Warte mal. Ja, doch. Wenn du auf mich gehst, wenn ich gebückt bin und dann auch selber... Oh, warte. Das wollte ich gar nicht droppen. Und dann auch selber aufstehe. Warte. So, jetzt auf mich drauf. Genau, jetzt spring hoch. Jetzt geh ich hoch. Jetzt... Genau, jetzt. Ja, jetzt. Ne, geht auch nicht, ne? Doch. Dann geht's tatsächlich. Zu dritt könnten wir sogar noch ne Ebene noch höher. Wahrscheinlich bringt's das nicht, weil man da ja nicht hin soll. Ja, ich glaube auch. Von hier kann man auf jeden Fall auf die Kisten sehen. Wenn man hier vielleicht was übersehen hat, aber ne. Also hier gibt's auch immer so schmale Gänge, aber hier ist halt nix. Ich weiß gar nicht, wozu die existieren. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob's lohnt, hier die Bäume zu fällen. Eigentlich nicht, ne? Ja. Okay, laufen wir jetzt einfach random alle irgendwo hin und hoffen, dass wir noch Münzen finden oder wie? Achso, ich bin gerade auf dem Boot. Hm? Hä? Was? Muss ich auch füllen, oder was? Ja, den ganzen Stuff wieder. Oh, das Schalter hat er mich verjagt. Normaler Rotation. Puh. Hä? Was hat die Möwe sich denn dabei jetzt gedacht? Wollen wir so eine KI-Möwe? Was hat die sich denn dabei gedacht? Haha. 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 So ein dummes Viech. Federvieh. Federvieh. Haha. 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 Da warst du schon oben drauf. Ich guck mal hier noch bei diesen Frotthaufen oder so. Oder in den Mülleimern, weißt du? Äh, man kann echt jedes Gebäude nochmal ablatschen. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir da was übersehen haben, oder? Hm. Also mir fällt auch kein Ort ein, wo wir tatsächlich noch nicht waren. Wir waren doch eigentlich immer sehr aufmerksam, oder? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Vielleicht muss man sich entscheiden am Ende. Also vielleicht ist es genauso gemacht, dass drei, dass man drei nicht übrig hat. Also dass halt drei fehlen. Aber das ist weird, weil dann würden sie doch machen, dass zwei fehlen, weil dann kannst du dir ein, ein Item nicht holen und so kannst du dir eineinhalb Items nicht holen. Das ist irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Stimmt schon. Hm. Wäre dreist. Das wäre ein ganz schöner Dr. Ice Move. Hm, ich check mal hier nochmal. In den Containern, in den Müllcontainern, aber da ist auch nichts. Hier in den Mülleimer oder so. Ich wette, hast du, haben sie richtig mies versteckt. Geist! Das trifft mich trotzdem, obwohl ich da oben drauf stand. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich meine, wenn du mich angreifst, wenn ich dich angreif, das verstehe ich ja. Hier zwischen. Ein übelst ausgehungerte Hai. Stimmt. Vor allem, als ob der nicht, wenn er bei uns die ganze Zeit nichts zu fressen kriegt, dann nicht wegfüllen würde und sich irgendwo anders Nahrung besorgt. Würde er nicht. Wir schmecken zu gut. Ja, das verstehe ich natürlich. Hallo Roll, hast du mal gesehen, wie unglaublich köstlich ich aussehe? O-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Vier zu sind beschäftigt außerordentlich köstlich zu sein. Köstlich zu sein. O-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Auch beschäftigt damit. Was soll das? Hmm. H-m. Jutke-Futtke Ja, das ist wirklich so, ja. Also weil, wenn wir jetzt tatsächlich sie übersehen haben, glaube ich nicht, dass wir drei übersehen haben. Dass wir einen übersehen haben, okay, aber wir haben doch nicht drei Münzen übersehen. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, ich meine. Oh, weil sie ein Map, Alter. Mhm, klar. Stimmt, und wer weiß, wie sie sich versteckt haben, ne? Ja. Stimmt wohl. Hier war diese Mauer mit dem Kaktus. Da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Sommer, Sonne, Kaktus. Ich will den Kaktus haben. Kaktus-Feige. Hier, auch nix. Lammt. Boah, hier ist überall nix, Mann. ganzen 13. und 11. Stock leer gesucht. Satt gesucht. Oh, doch! Ach, wir haben wirklich einen übersehen. Lol. Tada. Vor allem genau, wenn du es gerade gecallt hast. Ja. Oh Leute, das ist voll sinnlos. Oh, da ist eine Münze. Ja. Voll sinnlos, dass ich eine gefunden habe. Was dann doch so während des Satzes merken. Hey, sind sogar noch Items in der Küche drin. Verrückt. Was? Metallspeer. Nicer Dicer. Nicer Dicer-Sperer. Nicer Dicer-Sperer. Nicer Dicer-Sperer. Nicer Dicer. Ich habe es besser als brauchen. Hmm. Ja. Ja, ich durchsuche die ganze... Okay, dann war es doch nützlich, diesen 13. Stock abzusuchen. Ich gucke auch in den Mülleimern sogar. hast du schon mal was in dem mülleimer gefunden hier in dem game ne ich auch nicht aber das heißt ja nix ist ja ziemlich dreist das so einzubauen da geht es sowieso nicht weiter auf der seite da geht es noch hin moment mal ich hätte ein secret entdeckt hast du ich glaube ja aber da ist nichts ist aber nur ein balkon sockel aber ich will da trotzdem noch mal hin weil weiter geht es dann nicht naja gut oder direkt da wo wir rausgekommen sind aber diesen diesen u-bahn eingang da der so aussieht wie ein u-bahneingang kein plan verdammt schon wieder runtergefallen elektrischer reiniger kann an wasserrohr angeschlossen werden ja ach so genau was macht dann das meerwasser zu genau ach der macht das meer sauber jetzt habe ich es auch verstanden sauber auch naja von dem ganzen erdöl und so ach so ich dachte von dem ganzen salz ja das salz das stört doch immer einfach nur weil es uns menschen stört nein es stört allgemein auch nix ja ich glaube ich habe recht die sind aber doch noch schmidt ja windräder passen doch nicht in einen stollen dumme argument kraft ist eben doch einfach besser und erneuerbarer kraft nein nein schon wieder so ein roboter von hinten angesneakt wenn sie eins nicht tun dann ist es sneaken ja ich habe ihn aber nicht bemerkt ich fahre noch mal einen achten und gucke noch mal hier nach uns fehlen noch zwei münzen ne ja die gut dann werde ich noch mal aufwechseln hey ich habe noch einen koffer entdeckt einen metall koffer geil oh aber nur scharniere und schrott naja schade die wahrscheinlichkeit war da so nichts übersehen alter hier so eine riesige badewanne aus marmor ja moin ist ja auch wichtig wenn es um apokalypse geht dass die reichen da erstmal ihre marmor badewanne haben haben sie das marmor und den mittelstück aus dem meer gefischt atlantik ah verstehe der stuhl von poseidon und so irgendwo muss er ja sein stimmt der will ja auch entspannt baden aber warum braucht er eine badewanne ah when is weak ne verdammt so hier nochmal alles checken b guib w guib 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 Vielen Dank.